Hallo Leute, heute zu einem neuen Youtube Video. Heute spielen wir wieder Minecraft. Ich habe gestern, nicht in der Aufnahme, habe ich noch eine Kiste gemacht und ich bin noch ein bisschen fahren gehen und habe noch Kohle gefunden. Ich habe jetzt 20 gefunden. Ich bin noch lange fahren gehen, aber ich habe jetzt noch 20 gefunden. Das ist gut, weil wir müssen jetzt Kohle und Sand. Let's go! Haben wir noch einen? Zu Let's go! Ähm, ich muss jetzt... Digga, ich habe so... Wie viel habe ich jetzt? Ich mache jetzt da Spitzhacke, ähm... Aus, ähm... Was kann man das jetzt machen? Ähm... Muss man das zuerst, ähm... Muss man das zuerst, ähm... Muss man das hier lassen? Muss man das bitte sein? Okay, aber jetzt machen wir, ähm, so, jetzt müssen wir noch Fenster ran, aber ich denke hier 20 Lauen, vielleicht gehen wir noch ein bisschen, ähm, Farmen, okay, let's go, können wir schon eine Eisenspitzhacke machen, Eisenschwert, nein, keine Eisenspitzhacke, aber es ist egal, gehen wir mal runter, und müssen, so, 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 schauen wir, ob es schon viel, ähm, Fenster haben, weiter geht es, aber, 48 haben wir schon, schon gut, so, so, wie schon, so, 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 jetzt, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, jetzt sind wir von weit gekommen. Wir haben jetzt die vielen noch. Ich brauche jetzt alles weg. 16. Gut. Wir haben es schon fast fertig. Wir schaffen heute noch fertig. Ich sage es, wir schaffen es noch fertig. Schon da oben. Wir schaffen es noch fertig. Dass das wird. Dann, naja. 32. 32. 32. 32. 33. 34. 39. 69. 39. 40. 41. 43. So. So. Bruder, ich bin fast runtergefallen. So, weiter geht es. So. Let's go, weiter geht es. So, wie viel haben wir schon? 19, das heißt 23 sind wir schon. Ich muss dann noch mehr Eisen. Das wollen wir schon ziehen. Ein Stack. Ich denke, das lenkt nicht, aber wir können es ja mal probieren. So. 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 Ich brauche nicht mehr viel. Ich brauche nicht mehr viel. Bitte, ich habe genug Sand. 48, oh mein Gott. Das lenkt nicht mehr. Aber wir haben noch mehr sicher. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Der Ofen brummt immer noch. Ich brauche nicht mehr. 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 Kohle habe ich noch genug für zwei. Ich brauche nicht mehr. 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 Die Fenster sind fast fertig. Ich brauche nicht mehr. Schuss, 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 schuss. So, ich habe jetzt einen halben Steck, das lenkt sicher noch bis... So, ich habe jetzt einen halben Steck. So, ich muss jetzt das noch schnell machen, weil ich habe echt keinen mehr. So, rein mit dem, rein mit dem. So, ich muss jetzt noch schnell etwas machen. So, ich kann ja nicht mehr so oben, drüber. Und dann ist es blöd. Der sieht dann, was ich mache. Aber jetzt holen wir das Fenster raus. So, ich kann ja nicht mehr so oben. So, ich mach das. Ich brauche einfach Holzfettig. So. So. Ich habe jetzt gleich die Fenster fertig. Ich muss nur noch schnell das. Ich habe noch zwei Minuten oder so. Wann sind die Fenster fertig? Das lenkt sicher. 32. Let's go. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Let's go. So, so, wir müssen jetzt nur noch wenig machen, wenig. Bitte. Dein Ernst jetzt, oder was, wegen diesem, wegen diesem ein, wegen diesem zwei oder so? Ich hab's nicht geschafft, ach scheiße. Okay. Okay. So, weiß Sand. In diesem zwei, Alter. Das macht mich grad nervös. Jetzt, aber nur noch die zwei. Brauch ich. Und dann ist Ferry mit Betty. 16 langen Längen. Jetzt muss ich das schnell und zack ich machen. Schnell. Und zackig. So. 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 Jetzt ist es fertig. Flieg. Jetzt ist die Folge fertig. Und ich baue noch das ab und dann. Ja. Okay. Okay, das war es von dieser Folge. Wenn es euch erinnert, lasst ein Like und ein Abo da. Okay, tschüss, ciao.